Hallo, mein Name ist Stefan Holstein, das hier ist die Videoserie Wie handelt man Bitcoins. Wie immer habe ich euch die Plattform, die wir auch hier sehen, in der Description gelinkt. Und wie immer freue ich mich sehr über ein Like, wenn ihr das Video mögt. Und ich freue mich auch sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die ganzen Videos euch anguckt, weil ich Abonnentenland für meinen Kanal habe. Das ist natürlich cool. Thema jetzt, guckt euch mal diese Kurve an. Das ist der Binance Coin. Das hier ist um 10, heute Morgen um 10 gewesen, jetzt ist 16 Uhr. Also vor 6 Stunden. Da zieht der Binance Coin auf einmal unheimlich ab. Und das ist eine Stunde, das heißt, das war natürlich auch auf dem Stundenframe sichtbar. Das heißt, so sieht das jetzt aus. Auf einmal geht der so wahnsinnig hoch. Und jetzt gehe ich mal auf 5 Minuten. Dann sehen wir, war der hochgekommen, dann hier nochmal mehr. Und jetzt auf einmal macht er wieder diese unglaublichen Sprünge. Wollte ich sagen, wenn ihr sowas seht, dann fahrt mit. Wenn sowas passiert, auch gegen jede Wahrscheinlichkeit, dass der so unglaublich hoch geht. Auch wenn die anderen Coins das nicht hergeben, wenn die anderen Coins eigentlich am Fallen sind. Oder ihr sagt, jetzt müsste er eigentlich wieder fallen. Ihr habt die absolute lange und gute Kurvenanalyse gemacht und Chartanalyse. Und ihr wisst, das passiert, das passiert wahrscheinlich nicht. Und auf einmal zieht ein Coin so weg, dann reitet mit. Riskiert das Geld, wenn er wieder fällt, was ihr verliert. Oder setzt einen Trading Stop. Also guckt mal ein Video über Trading Stops und reitet den so mit. Aber jedenfalls, wenn ein Coin auf einmal so unglaublich abgeht, dann reitet einfach mit. Das war's. Das wollte ich nur mal kurz gezeigt haben. Ich gehe nochmal auf eine Stunde, damit wir das nochmal sehen. So jede Kerze eine Stunde, das macht er seit heute Morgen. Wenn das passiert, reitet einfach mit. Okay, und wenn sowas durch Fallen passiert, dann steigt einfach raus. Aber ihr habt sowieso den Stopp bei 2% immer liegen. Guckt bitte mein Video über 2%. Guckt die ganze Serie. So, das war das ganze Video. Das war eigentlich nur diese eine Sache. Wenn ihr sowas seht, steigt ein und lasst euch überraschen, was so ein Einzelcoin machen kann. Plötzlich an einem Tag. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war's mit dem Video. Ciao. Ciao.